Ja, bisschen Sniper-Riffle-Munition, oder? Und jetzt? Äh, kann ich hier nicht porten oder so? Geht das nicht? Ich könnte das Spiel beenden und nach Senkt, dann wäre ich in Southern Shelf. Dann könnten wir uns von da aus porten, oder? Vielleicht von da vorne aus. Äh, ich hoffe doch mal. Habt ihr was für mich hier drin? Oh, 126. Oh, aber es ist ein bisschen was wert, also... Nehmen was mit, es gibt Geld. Alles was Geld gibt, nehmen wir natürlich mit, oder? Das ist normal. Hier unten sollte Claptraps Schiff sein, oder was? Achso, es war doch mal hier, oder? Äh... Ja... Die Karte. Okay, äh, wir machen das so. Beenden. Okay. Speichern und beenden. So, jetzt sind wir hier im Menü. Und jetzt sind wir dann wieder in Southern Shelf. Sprich, wir sollten jetzt in Liarsburg sein, jawohl. Haben die Quests natürlich abgeschlossen. Und können jetzt zum Frostborn Canyon reisen. Yippie, oj, oj, j, 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 j. Yippie, j, 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 j. Okay, genug gesungen. Ne, es ist kein weiter Weg. Aber ich glaube, wir müssen auf dem Weg noch ein paar von diesen Banditen töten, oder? Nein, nein, nein. Müssen wir nicht. Gut. Können wir direkt zu... Wie heißt denn der schon wieder? Clayton. Clayton. Moment. Geld? Ne, aber Granaten. Geld? Ne. Okay, bitteschön. Danke, Fackel. Wir werden Matchstick bald folgen. Die große Entflammung steht bevor. Die was? Die Entflammung steht bevor. Der Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Äh. Setz Abbilder mit Feuer in Brand. Sprach von Entflammung? Das könnte übel werden. Vielleicht ist es aber auch nur so eine Art Grillparty. Geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran, okay? Diese Typen sind gar nicht so übel. Naja, sind gar nicht so übel. Sie fucken sich nur gegenseitig ab. Nicht so übel, ne? Die sind nicht so... Hallo, Gollertz. Das war nur Glück. Wow, 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 wow. Äh, okay. Bitteschön. Hoho. Neuer Spieler-Skin verdient. Und der lebt natürlich noch da hinten. War ja klar. Der Nomade wieder mal. Der Nomade überlebt's wieder mal. Hey. Ah, 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 ah. Böse. Mami? Gunsirka. Wow, 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 wow. Schock-Behälter. Voll. Dummer Psycho. Wow. Und der Mellowwind. Gibt Geld. Gibt Geld. Hey. Was up? Oh man. Und tschüss. Hey. Oh, 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 oh. Das war gut geschossen, Kleiner. Das war gut geschossen, Mann. Fick dich. Hey, 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 hey. Komm, ey, treff doch mal. Äh, ein Goliath. Okay. Oh, hallo. Kennen wir uns schon? Ich glaube nicht. Oh, der war zu weit weg vom Slack-Behälter. Gut. Hey. Nomade. Ich treff den auch von hier. Stopp, stopp, stopp. Ja. Hast du seilig, oder was? Da ist noch so ein Abbild. Hast Großes geleistet, Fack. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Feierhocks. Ha. Ha. Was? Ha. 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 Am lodernden Busen. Am lodernden Busen. Wir dürfen dann alle ihren lodernden Busen betrachten. Oh. Oh. Hm. Lillis, ich warte schon auf deinen lodernden Busen. Oh. Gib ihm mir deinen lodernden Busen. Oh. Ja. Ich liebe deinen lodernden Busen. Busen, Busen, Busen. Hm. Dürfen wir uns dann auch unsere Zunge verbrennen an deinem lodernden Busen? Ha. Ach du meine Güte, das wird immer kranker, diese Questreihe. Mann, Mann, Mann. Lillis Anhänger sind... ...krank. Ha. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kehre zu mir zurück, damit das Menschenopfer beginnen kann. Ha. Okay, das klingt ziemlich übel. Geh zu diesem Entflammungs-Dingsbums. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. Du erscheinst dort. Ist das eine gute Idee? Ich denke nicht. Die werden sie dann selber noch abwackeln. Oh no! Oh no! Ah ha. Ah ha. Fail. Habe ich meine Waffen noch? Gut. Gut. Minus 800 Dollar. Toll. Und jetzt bin ich wieder hier vorne. War ja klar. Aber kann ich da nicht schnell reisen? Von dem Ding hier aus? Doch. Ach man. Okay, gehen wir mal nach Sanctuary. Nur so, damit wir dann wieder an den Anfang zurückkommen. Miau. Sanctuary. Und jetzt wieder zurück zum Frostborn Canyon. Oh, da ist eine hübsche Waffe. Das ist eine hübsche Waffe. Okay. Ja, natürlich sind wir wieder hier vorne. War ja klar. Ach man. Hat es doch nichts genützt. Trolololo. Hat es nichts genützt. Ah, die Entflammung ist an einem anderen Ort, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ach, egal. Ich gehe jetzt einfach da zurück. Wo muss ich denn durch? Hier. Hier. Wie will ich denn da durch? Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Ihr wollt mich eindeutig auf den Arm nehmen. Ja, da geht es eindeutig nicht durch. Yay. Yeah. Geilo. Okay. Incinerator Camp. Ach so, das ist ja der Anfang hier, aber wir müssen jetzt an einen anderen Ort gehen. Ich verstehe, ich verstehe. Aber wo muss ich durch? Ich check's nicht. Muss ich jetzt alles... Och Gott. Und jetzt kann ich natürlich alle Feinde nochmal töten, weil wir jetzt gereist sind. Oh nooo. Ach man. Mach ich diese Geräusche, oder was? Hallo. Scheiß, Psycho. Okay. Gut, wir werfen mal eine Granate da rein und dann sind wir weg. Ey, du scheiß Spiderling hier. Haha. Oh, 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 oh. Da war noch ein Golliard. Okay, was explodiert hier alles noch? Ja, du bringst mich um, aber, ähm, schau mal. Du bist schon tot. Hast du es nicht gemerkt, dass du dummer Golliard? Mann, 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 Mann. Was ist das? Hey. Hey. Hey, I just met you. And this is crazy. This song doesn't rhyme. Penis. Penis. Er hat Penis gesagt. Uh, Penis gesagt. Jetzt ist die Volker 18. Sorry, Lloyd. Aber die Folge ist jetzt ab 18. Ja. Ey. Ein Ritter. Wow. Okay. Es ist nicht lustig gegen diese scheiß Spider-Rands. So, jetzt verpiss dich mal hier. Verdammte Kacke, ey. Da ist noch einer. Wow. Freaky. Freaky, freaky. Freaky, 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 freaky. Lauf ich überhaupt richtig, verdammte Scheiße? Wo muss ich durchgehen? Where the fuck did I must go? Verpiss dich hier? Verpiss dich hier. Ich muss hier nichts zu suchen, Bitch. Hey. Verursacht eine Standard-Explosion. Aber meine gefällt mir besser. Das verursacht nämlich 10 Explosionen. Und 10 Explosionen sind eindeutig besser als eine große. Come on, you motherfucking bitch. Oh, wie viele sind denn hier noch? Oh, Gott. Oh, Gott. Scourge. Scourge ist hier. Okay. Okay. Scourge. Hello, Scourge. Bitch, please. Bitch, please. Oh, my fucking God. Scourge. Böse Scourge. Komm schon, explodier. Oh, 980 EP. Wow. Wow, 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 wow. Hehe. Bixer. Ey. Was haben wir denn hier? Bandit Technical Skin Anpassung. Okay. Okay. Ich habe zwei Skins noch, so wie es aussieht. Schalte diesen Skin für das Schnellwechselsystem frei, wenn er aus deinem Metallrausch verwendet wird. Okay, und noch was? Ja, gut. Gut. Ich glaube, ich muss hier durchgehen, oder? Ey, Leute, ich habe so keine Ahnung, wo ich durch muss. Das ist so kompliziert, diese Karte. Ich laufe jetzt mal hier durch. Vielleicht bringt es mir ja was. Vielleicht bringt es mir ja was. Fick dich. Haha. Explosion. 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 Explosion.